Herzlich willkommen im nächsten Track von OpenStreetMap. Der Chaos Computer Club veranstaltet jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr den größten Hacker-Kongress der Welt, dieses Jahr mit 13.000 Personen. OpenStreetMap hat dort immer einen Stand. Und beim letzten Mal vor einem halben Jahr hat mich jemand angesprochen, der steht jetzt hier neben mir. Und er sagte, er würde gerne ein Spiel auf Basis von OpenStreetMap programmieren. Und das fand ich natürlich ganz toll, weil uns jetzt ganz neue Nutzerkreise als Mapper dann dadurch auch zufallen. Und ja, meinte er, er hätte noch nicht so richtig die Ahnung, wie dieses und jenes für sein Programm gemappt werden müsste. Ja, vor einem halben Jahr noch keine Ahnung. Jetzt bei uns auf dem Kongress mit dem Vortrag, steile Karriere. Ich wünsche viel Spaß mit dem Vortrag von Serhan Sen. Genau, Dankeschön. In meinem Vortrag wird es um die technische Integration von OpenStreetMap in ein Browserspielprojekt gehen. Und zwar werde ich erstmal erklären, was für ein Browserspiel das ist, dann welche Rolle Geodienste dabei spielen, dann wie der Wechsel auf OpenStreetMap aus technischer Sicht ablief und dann noch ein Wort zum Thema OpenStreetMap-Daten an sich und dann am Ende eine Zusammenfassung. Kurz zu mir, mein Name ist Serhan Sen. Ich bin der Betreiber und Entwickler von diesem Browserspiel, LSTSIM. Im normalen Leben studiere ich Wirtschaftssymptomatik an der Hochschule Heilborn und ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Rettungsdienst- und Krankentransport und ich erwähne das deshalb, weil es so ein bisschen der Auslöser war für all das, was jetzt gleich kommt. Und zwar, LSTSIM ist ein Rettungsleitstellensimulator, aber es hat jetzt nichts mit Bahnleitstellen zu tun, wie ich gestern gefragt wurde. Und zwar übernimmt man die Arbeit von den Leuten, die ans Telefon gehen, wenn man die 112 wählt. Und es ist alles stark vereinfacht. Es ist keine hundertprozentige Abbildung von irgendwelcher Leitstellensoftware, sondern es soll Spaß machen. Das gibt es seit 2010. Und zwar, als ich da mit der Google Maps JavaScript API ein bisschen experimentiert hatte und es hat sich dann zu einem richtigen Projekt entwickelt und es hat heutzutage immer noch 10.000 Spieler im Monat ungefähr. Wie gesagt, es ist ein Browserspiel. Das heißt, die ganze Spiellogik, die ist auch tatsächlich im Browser kleinzeitig implementiert in JavaScript dann. Und das ganze Projekt, das lebt so ein bisschen durch Benutzerbeiträge. Also man kann Einsatzvorschläge einsenden, man kann Fahrzeuggrafiken einsenden, die dann auf der Karte auftauchen. Und ganz wichtig, die Benutzer können Leitstellenbereiche einsenden oder die Daten dafür zur Verfügung stellen. Denn in Deutschland gibt es knapp 200 Leitstellenbereiche und die Daten habe ich natürlich nicht. Und die Benutzer können eben ihre Daten einbauen, dann auch selber spielen und anderen Leuten zur Verfügung stellen. So sieht das aktuell aus. Wir sehen links oben eine OpenStreetNap-Karte inzwischen. Links unten haben wir einen Funkebereich, wo die Fahrzeuge ihre Statusmeldungen durchgeben. Wir haben rechts unten den Telefonbereich, wo die Einsätze reinkommen. Wir haben eine Übersicht über die Fahrzeuge, die Rettungsdienstfahrzeuge in dem Leitstellenbereich. Und wir haben eine Übersicht über die aktuell laufenden Einsätze. Und wenn wir uns jetzt die Karte genauer anschauen, dann sehen wir zwar das Kartenmaterial, das ist von OpenStreetMap, aber die Bedienelemente, das ist noch die Google Maps JavaScript API. Und das ist gerade noch ein Work in Progress. Eine freie Alternative wäre dann zum Beispiel Leaflet oder OpenLayers. Das wäre dann quasi der nächste Schritt, quasi die letzten Schritte zur Unabhängigkeit von Google Maps. Sozusagen der Google Mapxit, der läuft noch. Zum Thema Geodienste. Wir haben jetzt seit sechs Jahren quasi die Google Maps JavaScript API verwendet. Und wir verwenden einmal das Kartenmaterial natürlich. Und wir verwenden auch die Routing-Funktion, einmal für die Streckenfindung der Fahrzeuge, weil die Fahrzeuge bewegen sich wirklich auf den Straßen, über die echten Straßen und mit einer halbwegs realistischen Geschwindigkeit auch. Aber wir verwenden das Routing auch für die Ermittlung von zufälligen Einsatzorten. Also eine zufällige Koordinate, das ist einfach mit einem Zufallszahlengenerator. Aber wir wollen ja auch, dass die Einsätze auf halbwegs realistischen Orten sind. Zum Beispiel auf der Straße oder an einem Haus oder so. Und wir generieren uns da sozusagen zufällige Routen. Und die Routen, die sind dann wieder auf den Straßen. Und dann kann man sich daraus realistische Einsatzorte, zufällige realistische Einsatzorte ableiten. Wir verwenden auch Reverse Geocoding. Nämlich, nachdem wir dann diese zufälligen Einsatzorte haben, dann wollen wir auch einen Ortennamen und einen Straßennamen natürlich dazu haben. Das hat ein paar Jahre lang gut funktioniert. Ende 2012 gab es dann ein Problem mit einer neuen Google Maps API-Version. Diese Anfragen an den Routing-Service und an den Geocoding-Service, nach einer bestimmten Zeit haben die nicht mehr funktioniert. Nach einer bestimmten Anzahl. Und zwar war das Limit quasi pro Spielsitzung. Und ohne Routing und ohne Geocoding fahren die Fahrzeuge nicht da, wo sie fahren sollen. Und dann kommen auch keine neuen Einsätze rein, weil dann eben die Namen nicht mehr gebildet werden können. Und es war kein Workaround, die Seite neu zu laden, weil wenn man die Seite neu lädt, dann fängt auch die Spielsitzung neu an. Und dann hat das quasi nicht funktioniert. Und das hatte wirklich zur Folge, LST-SIM war dann quasi für nicht mal mehr eine Stunde spielbar. Diese Änderung, die war nirgendwo dokumentiert. Also in den Change-Log stand nichts. Und an das offizielle Nutzungslimit waren wir noch lange nicht gekommen. Dann haben wir uns überlegt, ja, ist das jetzt vielleicht ein Bug, der da eingeführt wurde. Wir haben dann auch tatsächlich Anfang Januar 2013 haben wir dann auch ein Issue erstellt im Bug-Tracker. Das ist ein aktueller Screenshot. Und von der Anzahl der Follower sind wir inzwischen auf Platz 3. Der Bug ist heute noch auf Status confirmed. Es gab da leider nie eine endgültige Aussage, ob wir unser Verhalten irgendwie anpassen müssen, ob unsere Benutzung irgendwie nicht okay ist. Naja, wir müssen trotzdem irgendwie damit umgehen. Und dann kam auch aus der Community der Vorschlag, ja, wechsel doch einfach auf OpenStreetMap. Das ist leichter gesagt als getan, weil LST-SIM benötigt Geodienste und nicht einfach nur Geodaten. OpenStreetMap ist ja erstmal ein Datensammelprojekt. Und dann brauchen wir eben bestimmte Dienste, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Einmal brauchen wir einen Routing-Service. Wir brauchen einen Reverse-Geocoding-Service. Karten brauchen wir dann auch, wobei das jetzt nicht so dringend war, weil die Karten haben ja funktioniert, nur mit den Geodiensten gab es ein Problem. Und wir brauchen eine Erdabdeckung, weil wir haben Benutzerleitstellenbereichen auf allen Kontinenten. Und es wäre schade, wenn die dann plötzlich nicht mehr funktionieren würden, weil es ist teilweise wirklich viel Zeit in die reingeflossen. Und es wäre eben schade, wenn es dann nicht mehr gehen würde. Und dann soll es noch irgendwie bezahlbar sein. Bevor man so einen Geodienst produktiv nehmen kann, muss man sich immer ein paar Fragen stellen. Man muss sich fragen, welche Ressourcen werden benötigt, um die Daten initial zu importieren? Welche Ressourcen werden benötigt für den Betrieb dann tatsächlich? Und welche Ressourcen werden benötigt, um die Daten dann auch aktuell zu halten? Ressourcen bedeutet in dem Fall Speicherplatz-Performance. Eine SSD hat andere Performance-Charakteristika als eine Festplatte. Dann die Speicherplatzmenge und auch ganz wichtig immer, wie viel Hauptspeicher benötigt das Ganze? Mit der CPU hatten wir eigentlich nie Probleme. Das hat eigentlich immer gepasst mit der CPU-Leistung. Dann fange ich mal beim Routing an. Da verwenden wir OSRM. Und ich habe hier eine Übersicht über die benötigten Ressourcen. Vom Speicherplatz her ist das alles okay. Aber beim Import, das braucht man halt die ganze Erde importiert. Dann braucht man da über 100 GB RAM. Ein Server mit über 100 GB RAM ist teuer. Für unsere Verhältnisse zu teuer. Aber ich bin dann glücklicherweise auf ein Workaround gekommen. Und zwar, man kann sich behelfen mit einer Auslagerungsdatei, mit einem Swap-File unter Linux. Wenn man die nämlich auf eine SSD packt, dann hat die eine ausreichend gute Performance. Weil eine SSD ist besonders gut eben bei diesen wahlfreien Zugriffen, wie der Hauptspeicher. Und das hat dann wirklich funktioniert. Und das hat dann wirklich sogar dazu geführt, dass wir OSRM betreiben können. Schon mit der hohen Rahmenanforderung. Und auch gleichzeitig sogar einen Import laufen lassen können, wenn wir die Daten nämlich aktualisieren wollen. Und zwar, das funktioniert auf einem Server mit 32 GB RAM. Wenn man eine SSD verwendet für solche Zwecke, muss man sich im Klaren sein, man schreibt immer ganz viel auf eine SSD. Dann löscht man es wieder. Und wenn man Daten von einer SSD löscht, die werden nicht wirklich gelöscht, sondern die werden nur als gelöscht markiert. Und wenn man nicht aufpasst, dann hat man quasi eine SSD, die voll geschrieben wird mit diesen Bereichen, die als gelöscht markiert wurden. Aber die werden nicht wirklich gelöscht. Und was man machen muss, ist, man muss quasi so einen Befehl an die SSD senden, dass die SSD diese als gelöscht markierten Bereiche auch tatsächlich löscht und dann wieder aufbereitet, damit man da wieder mit hoher Performance draufschreiben kann. Wenn man das nicht macht, dann geht die Performance wirklich stark in den Keller. Dann zum Geocoding, da verwenden wir Nominatum. Der Imports braucht ungefähr 30 GB RAM, dauert so drei Wochen ohne SSD, okay. Die PostgreSQL-Datenbank, die dann gefüllt wird, die wächst auf 800 GB an, das ist auch okay. Und vom RAM her ist natürlich, je mehr, desto besser. Wenn eine Anfrage aus dem Cache bedient werden kann, dann geht das zatzfatz. Wenn dafür erst Daten von der Festplatte geladen werden müssen, dann kann das schon mal ein paar Sekunden dauern. Was im Fall von LST-SIM aber okay ist. Und die Aktualisierung der Daten, das geht gerade so gut, und zwar mit den Replication-Diffs. Und zwar lassen sich die Daten für einen Tag in weniger als einem Tag importieren, wodurch der Abstand zu dem aktuellen Datenstand immer geringer wird, statt immer größer. Beim Kartenmaterial, wir verwenden da ModTile und ModTile verwendet MapNIC. Der Import läuft in einer Woche durch. Man muss die Zoom-Stufen bis Zoom-Stufe 12 vorrendern, weil man das nicht on-demand machen kann, weil das eine hohe Last erzeugt. Und ab Zoom-Stufe 13 kann man das dann wieder on-demand machen. Und dieses Vorrendern, das dauert auch nochmal ungefähr eine Woche. Vom Speicherplatzverbrauch habe ich hier ein paar Messwerte aufgeschrieben. Die Datenbank wird ungefähr 700 GB groß. Und die Tiles, also quasi die generierten PNG-Dateien, die sind ungefähr 100 GB groß. Also da steckt jetzt quasi das Vorrendern drin und ein halbes Jahr on-demand-Rendern. Weil bei uns konzentriert sich das stark auf Deutschland und deshalb wird es nicht allzu groß. Und wir brauchen keine hochaktuellen Karten. Das heißt, wir müssen die nicht automatisch aktualisieren, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und dann kann man diese automatische Aktualisierung, dieses Neu-Generieren, deaktivieren mit dieser ModTile-Einstellung. Und wenn wir dann nämlich jetzt die Daten aktualisieren wollen, machen wir das ganz einfach. Wir importieren das Ganze einfach von vorne neu rein. Und starten auch das Vorrendern neu. Und dann ist alles wieder aktuell und es läuft wieder alles. Dann noch etwas zum Thema ZFS. ZFS ist ein Dateisystem, Stegstich Volume Manager. Und es hat ein paar richtig feine Features. Unter anderem transparente Konsumierung. Und ich habe hier wieder ein paar Messwerte aufgeschrieben. Wir haben hier einmal die Dienste haben wir hier. Und dann einen Konsumierungsfaktor bei den generierten PNG-Dateien. Da haben wir schon beachtlichen Konsumierungsfaktor. Die OSM-Dateien, die generiert werden, die lassen sich auch ganz gut konsumieren. Aber der eigentliche Knaller ist bei der Post-SQL-Datenbank. Da haben wir einen Konsumierungsfaktor von 2,7. Und unsere Post-SQL-Datenbank belegt auf der Festplatte quasi nicht mal ein halbes Terabyte Speicherplatz. Und in der Datenbank stecken drin eine Planet-Datei für MapNIC einmal. Und dann noch einmal für Nominatum. Und wir haben dadurch quasi einen richtigen Puffer, auch für das Wachstum von OSM. Und letztlich sparen wir dadurch bares Geld. Man muss aufpassen, wenn man RAM-intensive Anwendungen hat. Wenn man den Arbeitsspeicher quasi fast komplett füllt, dann wird es bei ZFS instabil. Also das System wird instabil. Man sollte immer schauen, dass ein paar Gigabyte Arbeitsspeicher frei bleiben. Man muss da wirklich noch ein paar ZFS-Parameter einstellen, damit es auch wirklich so bleibt. Aber abgesehen davon läuft es wirklich stabil und ist eigentlich nur zu empfehlen. Genau. So sieht unsere Server-Infrastruktur letztlich aus. Also das ist ein Hetzner-Server. Und zwar, wie ihr euch ja gerade gesagt habt, die Import-Vorgänge dauern relativ lange. Das heißt, angenommen, ein Server würde irgendwie crashen und muss neu eingerichtet werden. Dann muss ja auch wieder alles importiert werden. Und das würde dann quasi über einen Monat lang dauern. Das heißt, in der Zeit gäbe es dann quasi auch kein LST-SIM und das ist für uns kein akzeptables Risiko. Deshalb haben wir da so eine Zwei-Server-Lösung mit Redundanzen am Start. Und zwar sieht es so aus, zum Beispiel beim Routing haben wir die Daten für den Live-Betrieb mit aktuellen Daten, haben wir das auf dem einen Server. Und wir haben auch auf dem zweiten Server die Daten importiert, aber wir lassen den Service nicht laufen. Das heißt, wenn der Server A quasi ausfallen würde, dann könnten wir einfach den Service auf Server B starten und dann würde alles wieder funktionieren. Genau das Gleiche haben wir beim Geocoding gemacht. Quasi auf beiden Servern die Daten importiert und den Service lassen wir nur auf Server A laufen. Beim Kartenmaterial machen wir es andersrum. Und zwar aus Lastverteilungsgründen, ganz einfach. Da ist der Live-Betrieb quasi von Server A, äh, von Server B. Und auf Server A ist der Standby-Betrieb oder die Standby-Daten. Auf Server A muss man Kompromiss eingehen, weil wir wollen auf Server A ja die OSRM-Dateien importieren und OSRM ist eine RAM-intensive Anwendung. Das funktioniert mit ZFS nicht. Also wir können quasi auf Server A kein ZFS betreiben. Das heißt, wir haben da keine transparente Datenkomprimierung. Das heißt, die Daten würden auf die Festplatte nicht passen. Das heißt, wir mussten irgendwie anders Daten sparen. Und da haben wir dann einen Kompromiss gemacht. Die Standby-Daten für das Kartenmaterial, da haben wir quasi nur Deutschland, Österreich und die Schweiz importiert. Und dadurch könnten wir dann immer noch einen Notbezrieb im Falle eines Falles gewährleisten. Genau, dann noch ein Wort zum Thema OpenStreetMap-Daten an sich. Die OSM-Daten, die sind nicht perfekt, das weiß jeder und das ist okay so. Dennoch wirken sich die Datenprobleme in OSM irgendwie aufs Routing und auch aufs Geocoding bei LST-SIM aus. Und diese Probleme, die werden durch die LST-SIM-Spieler schnell und zuverlässig entdeckt. Und wir müssen dann trotzdem irgendwie damit umgehen. Die Ursachen, die sind nicht immer ganz eindeutig. Es kann ein Datenproblem bei OSM sein. Es kann ein Problem sein mit dem Geodienst, den wir verwenden. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie einen Fehler gemacht habe in der Datenverarbeitung letztlich bei LST-SIM. Routing-Probleme lassen sich häufig leicht nachvollziehen. Manchmal ist es irgendwie eine falsch eingestellte Abbiegevorschrift oder es hat ein Straßenstück irgendwie gefehlt. Das kann man dann normalerweise leicht nachvollziehen. Anders sieht es aus beim Geocoding. Und zwar, wenn es um das Geocoding von den Ortsteilen geht. Weil so Ortsteile, die haben ja bei OSM keine Grenzen, sondern die haben häufig nur ein Node in der Mitte vom Ort. Und wenn jetzt quasi der Ortsteil gefragt ist von einem Punkt, der im Grenzgebiet ist, dann kann es sein, dass der Node von dem Nachbarort näher dran ist als der eigentlich richtige Node. Und dadurch wird dann quasi der falsche Ortsteil ausgelesen und erzeugt. Und das zu beheben ist nicht immer ganz einfach, weil man dann eben diese Grenzen einführen muss mit den Relationen. Und da muss man eben bestimmte Dinge beachten. Ich sage es mal so, in der LST-SIM-Community ist die Bereitschaft und auch die Fähigkeit da, sich auch in technisch komplizierte Sachverhalte einzuarbeiten. Und eine Idee wäre es da zum Beispiel, gezielte Anleitungen zur Verfügung zu stellen, die dann dieses spezielle Problem lösen. Bevor ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, man kann das durchaus differenziert angehen, weil manche Probleme lassen sich wirklich leichter lösen als andere. Und dann solche Anleitungen, die können dann ja auch mit der Zeit immer besser werden und dann auch bestimmte Stolpersteine darauf eingehen, dass man diese Fehler dann nicht mehr macht. Und aus meiner Sicht stellt es auch letztlich wirklich eine Chance für OpenStreetMap dar. Zum Fazit. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Migrationsprojekt gewesen. Also die Umstellung auf OSM. Ich habe viel über Linux-Server gelernt und dann auch letztlich über OSM. Es hat aber auch jetzt zur Folge, dass ich mehr Operations-Aufgaben haben werde. Also der Beziehung von diesen drei Geodiensten, das ist jetzt ziemlich kritisch geworden. Das muss immer laufen. Und ich habe aber auch gezeigt, man kann diese drei Geodienste mit einer Vollabdeckung von der Erde sozusagen auf bezahlbarer Hardware laufen lassen. Und ich denke eben, die OpenStreetMap und LST-SIM-Communities, die können dann wirklich letztlich voneinander profitieren. Damit wäre ich am Ende. Falls noch jemand Fragen hat oder noch besser Tipps und Verbesserungsvorschläge, einfach auf mich zukommen. Da würde ich mich sehr darüber freuen oder auch über Twitter anschreiben. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank. So, gibt es irgendwelche Fragen? Ich musste jetzt gerade so ein bisschen lachen bei den Ortsteilen. Ich selber komme vom Katasteramt eines Kreises und unsere Kommunen selber haben erhebliche Probleme, ihre eigenen Ortsteile abzugrenzen. Das Kataster kennt ja jenseits der Gemeinde noch darunter die Gemarkungen. Und dann hört das auf, die sind festgesetzt. Wenn ich aber eine kleine Kommune mit 10.000 Einwohnern frage, wie viel Ortsteil ihr habt und frage in zwei Verwaltungsbereichen, kriege ich drei Antworten. Von daher wäre das vielleicht auch mal eine interessante Aufgabe von der USM-Community, mal eine verständliche Definition für, was ist denn ein Ortsteil? Oder vielleicht einen neuen Begriff dafür finden, damit die Community selber es mappen kann, ohne sich mit der Verwaltung nachher darüber zu streiten, ob es ein Ortsteil ist oder sonst irgendwas. Also der Bedarf besteht überall, sogar bei denen, die eigentlich dafür zuständig wären. Okay, weitere Fragen? Meine Frage ist, ich habe ein bisschen gestutzt, als Sie gesagt haben, dass Abbiegevorschriften, also Fehler in Abbiegevorschriften zu Fehlern führen, aber es geht doch um Rettungsdienste, müssen die sich wirklich um Abbiegevorschriften kümmern? Das sei dann die nächste Frage, machen Sie spezielles Routing für Rettungsdienste mit Sonderrechten, also zum Beispiel auch Serviceauffahrten auf Autobahnen? Und ist das der Grund, dass Sie eine eigene Instanz von USM brauchen oder interessiert Sie das nicht? Es wäre natürlich nett, wenn das funktionieren würde, weil wir gehen da natürlich Kompromisse ein. Wenn das halt das realistische Routing ist, dann ist es okay, wenn das genommen wird. Aber man könnte sich wirklich Gedanken machen, kann man diese Abbiegevorschriften zum Beispiel ignorieren? Aber es hat dann wirklich teilweise auch zur Folge gehabt, dass die Fahrzeuge eine komplett andere, falsche Strecke genommen haben, die dann auch normale Fahrzeuge nehmen würden. Also nicht in der Realität, aber beim Routing. Aber es wäre eigentlich eine ganz nette Idee, das wirklich zu machen. Allerdings muss man beachten, ich bräuchte dann zwei Instanzen, weil die Rettungsdienste Fahrzeuge, die fahren quasi einmal normal und einmal mit Sondersignal mit, wenn es um Notfälle geht. Das heißt, dann bräuchte ich einmal ein Routing für normale Autofahrer und dann nochmal einmal ein Routing, das diese Abbiegevorschriften ignoriert. Das würde alles ein bisschen komplizierter machen, weil dann müsste ich schon zwei OSRM-Instanzen laufen lassen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es wäre eigentlich eine nette Idee. Weiter Fragen. Du hast gerade bezahlbar gesagt, das sieht auch sehr überschaubar aus. Du bist noch Student. Wie finanzierst du das Ganze? Ja, danke für die Nachfrage. Und zwar, davor hatte ich es alleine finanziert. Das war dann 25 Euro im Monat. Das war okay, das habe ich auch gerne gezahlt. Die zwei Server, die kosten jetzt 115 Euro im Monat. Und deshalb kann man für das Projekt inzwischen spenden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also damit lässt sich das erstmal finanzieren. Weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Wir haben aber jetzt noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich vielleicht mal eine von deinen Fragen vielleicht halbwegs beantworten. Erstmal zur Ermittlung der Ortsteile. Benutzen wir häufig Wikipedia. Die haben das meistens vor Ort relativ gut recherchiert, wie das aussieht. Und es gibt dann noch die zweite Möglichkeit, dass bei den Gemeinden dann tatsächlich keine echten Grenzen für die Ortsteile existieren. Die wissen aber, welche Straßen zu welchen Ortsteilen gehören. Und dann gibt es auch solche Fälle. Und dann kann man sich so behelfen, dass man also Regio OSM von Dietmar, der es ja eben hier vorgestellt hat, benutzt. Und dann jeden einzelnen Ortsteil die Straßen einträgt. Und kann dann nachher von Hand ein Polygon um die entsprechenden Straßen ziehen. So lange, bis das die Ortsteilauswertung stimmt. Ich kann jetzt auch noch mit dem 1 nochmal erklären, wie das funktioniert. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man Ortsteile nach OpenStreetMap reinbekommt. Okay, noch eine Frage. Gibt es Sourcecode live zum Anschauen? Von was genau? Vielleicht die Frontend-Anwendung? Gibt es nicht? Okay, dann nochmal vielen Dank, Herr Hahn. Vielen Dank.